Ich bin ein Wächter. Tod war der König und man bedeckte ihn, damit die Namen des Sieges die Lebenden nicht erschrecken. Der Tod muss für den Helden der Feld von besonderer Schönheit sein, damit andere weitermachen. Der Tod trägt eine Maske, die andere sehen lässt. Der Tod... So, das war der. Ich biete meine Dienste und mein Leben, wenn nötig. Deine Dienste reichen, Killdon. Okay. So, das waren meine ganzen Heizzauben. Bis auf einen. Wir haben da oben noch drei Türen. Da noch Türen. Die Tür, da könnte wieder gefakt sein. Die Tür sieht nicht gefakt aus. Die beiden hatten wir. Wir haben jetzt vier der Zex Teile. Also fehlen noch zwei. Ja, ein Wächter. Genau, ich bin ein Wächter. Viele drauf fielen bei der Reinigung, aber eine rote Schwingel kam auf ihren Ruf hin zur Hilfe. Der Himmel brannte von Zorn und Feuer, bis es durch die Hand eines Königs aus der Luft gerissen wurde. Er sah die kraftlose und damige Schwachstellen und er sah den Weg zum Ausgangspunkt des Feuers. Der Weg durch das Feuer führte zur wohlverdienten Ruhe. Der Weg durch das Feuer ist in seinen Augen klar. Furcht ist etwas für Leute ohne Sinn. Wo soll ich euch meine, was immer ihr benötigt. Die erledige es gut. Genau, der Angriff ist böse. Die Pflüge auf das Gute. So, das war das vorletzte Teil. Ich habe das Gefühl, das letzte Teil ist hier oben. Nein, ist es nicht. Erwe. Na, der hatte jetzt nicht viel. Zu bieten. Da war der Direktor schon mal etwas schlimmer. Vor allem, warum der Direktor. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, an den. Ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Okay, ein Wächter. Euer Wunsch ist mein Begehr. Ich bin ein Wächter. Bekämpft wurde das Schicksal. Tief hinab flur der Widersacher. Aber ein Volk trauerte um seinen gefallenen König. Besuch musste mit dem Ende einer Regentschaft bezahlt werden. Flammen nahm den Anführer. Denn andere konnten nicht sehen, was er sah. Hätten sie nur die Augen eines Königs gehabt. Ja. Braucht ihr etwas? In Ordnung. Ich denke leichtfüßig und so. Wehrt euch. Wir haben keine zweite Chance. Okay. 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 Das geht jetzt vielleicht etwas in die Hose. Ja, ich habe alle Teile. Und die sind jetzt zur Maske geworden. Dies ist die vollständige Tonmaske von König Ström den Dritten. Wenn ihr sie aufsetzt, verfärbt sich die ganze Welt vor den Augen in seltsamen Farben. Vielleicht könnt ihr mit dieser Maske etwas sehen, was sich auf normalem Weg nicht sehen lässt. Abgesehen davon scheint die Maske über keine Fähigkeiten zu verfügen. Ja. Gut, jetzt aber erstmal rasten. Ja, 16 Stunden gerastet. Ihr könnt das Spiel jetzt nicht speichern, weil wir den Helm aufhaben. Okay, wo ist der Kackwächter? Ich habe doch die Maske auf. Ja. Hm, keine große Herausforderung. Was sagt das Ding? Frau getroffen. Wir haben die sechs Teile der Tonmaske gefunden. Ich habe alle Teile genommen und sie persönlich zusammengesetzt. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, was wir damit tun können. Ich warte. Ja. Fragt nur. Hm, nun gut. Ja. Jetzt sehe ich ihn auf einmal. Ich denke, ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Gut, das war da wohl der letzte Wächter. So, für den Fall, dass hier noch eine Falle ist. Ein Schild. Und ein Langschwert. Das habt ihr gut gemacht. Ich hatte keinen Zweifel bei diesem Plan, aber er hat Funktion... Ich hatte meine Zweifel bei diesem Plan, aber er hat Funktioniert. Besorgt ihr einen Trottel, der das Risiko übernimmt und dann begraben wir ihn in der Gruft und nehmen uns den Schatz. Tut mir leid, dass ich eure Illusion über dieses willenschaftliche Abenteuer zerstören muss. Aber mir liegt mehr daran, für wie viel ich dieses kleine Spukstückchen verkaufen kann. Ach ja je. Samia. Lekodrill. Ake. Tschack. Okay. Laden. Ich habe wieder keinen Quicksafe nach dem Boss gemacht, also nach dem Wächter gemacht. Darauf habe ich jetzt auch keinen Bock. Hm, keine große Herausforderung. Na gut. Geht nicht im Kreis, schlagt irgendwas. Was? So, danke schön. Das gibt nämlich doch ein bisschen Erfahrungspunkte. Die Augen. Die Augen. Wenn ich den Gruft hier weiterhasse. Ah, fein. Ah. 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 So. Wir haben es geschafft zu rasten. Totenmaske aufsetzen. Hm, was immer ihr wünscht. Gegner aufdecken. Ah. Die Natur nimmt das Leben der Sieger auslos. Ah. Ich habe getroffen. Ich war für Benjes, Beut. So, Wächtertod. Alle da rein. Tür zu. Ja. Gegenstand tauschen. Und dann beginnen wir mit der Bufferei. Was kann ich tun? Was kann ich tun? Wacht auf das. Ach. Ich war für. So, Schutz vor dem Bösen. Ach. Das ist riesig aufregender als jeder Zirkus. Äh. Hast noch? So, wir haben das Ding angefasst. Hat das gereicht? Nö. So. Gut. Komm ruhig rein. So, alle tot. Ja, scheinen alle tot zu sein. Nein, einer lebt noch. So, wieder wie immer. Kelton. Level ab. So, wieder稍微. So, wieder稍微. So, wieder稍微. So, wieder稍微.